Die Wohnraumhelden sind nicht nur für eure marvellous Geschmackssicherheit, sondern auch für eure technische Zukunftsorientiertheit. Ich zeige euch jetzt die Weg der modernen Rockstar, um die Mädchen feucht zu machen. Der Sonnenschirm ist mein Zuhause, wie du, wie es halt ich nicht aus. Deine Bräune erinnert mich an Kot. Schutzfaktor, Nils und Bummel, lass es toll. Weißen Bummel, gesunde Blässe, tut hautspezifisch, tut hautspezifisch gut. Ich meide das Sonnenlicht, keine Zeit für Sonnenstich. Braun gebrannte Körper, als Hähnchen ziemlich schick. Doch mein Alabasterkörper und ich, wir meiden das Sonnenlicht. Meiden das Sonnenlicht. You know, ich gehe noch ein bisschen üben. Bis gleich.